so was tragen wir hier noch weg stein ziegel hier kann stein rein hier ist obsidian acht stück war stein 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 eine sieht ist das hier unpoliert und glas hier ist dann noch leben herinnen und deswegen sortieren wir das einfach mal so und dann haben wir das auch schon mal geregelt dann können wir eigentlich schon mal anfangen den platz irgendwie auszuheben für eventuell das nächste gebäude geht einfach mal eine tür auf und zu so das ding ist ja jetzt leer gut perfekt also relativ leer immer den nächsten bauplatz aus nach dem bisschen bisschen weizen können wir ja ohne brauche eigentlich nicht für wat denn ich will irgendwie noch ein bisschen kies finden es wäre natürlich noch premium ich kann ja schon mal in unser eiland ein bisschen eindringen mal gucken vielleicht ist ja hier noch irgendwo kies dass ich mal wieder grandios übersehen habe den kies aber das häuschen sieht nicht schlecht aus also hat auf jeden fall optisch was für sich man das loch will ich jetzt auch nicht unbedingt zuschütten ich brauche kies und da den rawen mengen man muss nur quengeln dann geht es auch dann findet man sofort auch ein bisschen wat ja schön zumindest ein bisschen wat funktioniert hoch den sand wollte ich eigentlich jetzt nicht abbauen aber nehmen wir einfach mal mit eigentlich müsste ich mit einer schaufel ankommen mit behutsamkeit dass der kies hier nicht zu ding zerfällt glück wäre ja tödlich weil dann kriege ich nur feuersteine was deshalb mit glück zu tun hat wenn man dann feuersteine bei rum kriegt ist jetzt nicht unbedingt mir erklärend aber naja muss ja auch mal sein so den kies habe ich jetzt komplett hier raus geschaut wird sind nur 23 blöcke gewesen wie lehm ich hätte gern mehr gehabt muss ich offen und ehrlich zugeben weil ich halt einfach den 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 platz auch fertig bekommen will und mir fehlt halt nur noch kies in rauen mengen und ja ist halt schade wenn man keinen findet offen rumliegen tut auch keiner da ist auch keiner drin schade vielleicht am wasser wieder rumlaufen habe ich eigentlich immer das meiste glück hier noch kies findet aber ich glaube bei der letzten lehmtour bin ich auch auf oder auch nicht auf kies tour gegangen brauche ich ja fast einen helm der atmung der unterwasser atmung wie viel hier schon wieder zu zu feuerstein zerfällt gefällt mir irgendwie gar nicht aber ist eine schöne stelle um kies hier zu holen so bis die schaufel platzt und noch weiter so immer schön drauf halt mit der schaufel also hier ist richtig viel kies da werden wir uns jetzt eine zeit aufhalten und ich habe immer noch kein stack voll wahnsinn so jetzt gehe ich aber hier erstmal hoch um versucht das erstmal weg zu buddeln was ich hier schon mal machen kann also dass ich nicht andauernd unter wasser hier schaufel da dauert es immer ein bisschen länger ist klar den wasserwiderstand muss man auch irgendwie überwinden aber läuft gerade gut so fackel danke es funktioniert das finde ich immer wieder schön dass man halt so ein kleines luftbläschen hat obwohl da eine fackel drin war das treibe ich hier auch noch weg finde ich ja gar nicht schön so da war sogar eine luftblase ein 64er stack habe ich schon dann kann man sich ja auf den nächsten begeben au ich hatte ein luftbläschen wie dreist war denn das jetzt bitte ich hatte kurzzeitig ein luftbläschen so ich nehme jetzt den ganzen kies mit auf teufel komm raus ah vorbei gescrollt war nix so luftbläschen hat funktioniert und da kann man dann auch wieder wunderschön atmen so ich glaube ich tauche auf so und ziehe weiter meines Weges die paar Blöcke lasse ich jetzt da unten mal hilft ja nicht das ist dauert halt mir gerade mal ein bisschen zu lange dass ich da jetzt den Rest da unten auch noch weg schaufel aber den können wir schon mal mitnehmen wunderbar bis die Schaufel bricht und noch weiter wie viel Feuerstein dabei rumkommt das ist so ekelhaft ja her damit ich will alles haben auch den Feuerstein den ich eigentlich nicht brauche so viele Pfeile werde ich nicht produzieren ich höre hier ein Skelett aber das geht mir mal am Hintern vorbei so ein bisschen so ganz dezent geht mir das am Hintern vorbei so das Flüsschen noch ein bisschen weiter gehen vielleicht finden wir ja noch die ein oder andere Kiesstelle hier zum Bleistift super hier ist auch ein Höhleneingang so die Schaufel ist eh bald hin dann machen wir mal so lang bis die Schaufel hin ist und da dürfte eh bald der Fall sein man immer gegen diese Strömung hier arbeiten ist gar nicht ne schön ist gar nicht schön boah wie das gleich mal unter Wasser viermal länger dauert abzubauen oh komm schon gleich haben wir extrem viel ja komm ja bald ist die Schaufel auch down lang hält sie nicht mehr und meine Luft geht mir auch aus so gerade noch rechtzeitig hochgekommen bevor wir das mal Schaden bekommen haben so jetzt ist die Schaufel hin perfekt hat ja noch toll funktioniert und jetzt können wir wieder in die Heimat zurück und ja den den Weg oder den den Marktplatz noch ein bisschen fertig stellen das ist ja doch irgendwo so eine Sache die man gerne mal macht so ich glaube grob in der Richtung war es ja da ploppt das Häuschen auch schon auf wunderbar ein bisschen Orientierungssinn kriege ich in die Gegend auch schon rein also es sieht doch nicht alles gleich aus man kennt Unterschiede und kann da handeln so hier ist auch noch ein Riesenloch muss ich auch irgendwann noch zuschütten ist mir zu einem armen Dorf jetzt bin ich gespannt wie weit das ich da komme ich hoffe dass nur noch so ein Viertel Eck stehen bleibt aber ich glaube fast nicht das ist noch so viel Kies was ich da brauche da brauche ich noch ein paar Stacks für 3, 4 sicherlich noch oder ja gut mehr mehr 10 10 Stacks werde ich auf jeden Fall brauchen so Inventory Treaks will nicht arbeiten geil aber auch nur wegen dem Ruckler da kriege ich auch nicht voll das Eck nicht mal annähern so viel Kies wie wir dort brauchen ja Wahnsinn so hier auch noch kurz zumachen dann sind wir da gut versorgt meine Leute dann sind wir da gut versorgt so mein Kies ist weg wow super ähm ja so Timeset 0 nochmal also es ist noch ein gutes Stück hier was hier zugebaut werden muss ein Drittel fast noch und wir haben jetzt schon so viel Kies reingedonnert naja es hilft nicht es hilft nicht muss man einfach mal so zugestehen müssen wir halt die nächste Mal nochmal ein bisschen gucken wenn wir dann die anderen Gebäude angreifen ich will jetzt nicht unbedingt ein neues Gebäude anfangen weil ich dann eh gleich wieder aufhöre ähm aber das nächste Mal sicher nach der 1500 weil morgen ist es ja soweit ja morgen ist es soweit morgen ist die 1500 ich freue mich schon wie ein Schnitzel und ich kann die sogar rein folgen mäßig richtig aufnehmen das ist es ist auch immer schön wenn das gelingt und das schaffe ich heute oder dieses Mal halt auch wieder äh dass ich jetzt bis zu 499 aufnehme dann aufhöre aufzunehmen und dann was weiß ich nächste Woche äh wieder aufnehme wenn es denn vonnöten ist und ja so muss es eigentlich laufen so finde ich es schön ich hoffe halt nur dass die 1500er Aufnahme reibungslos funktioniert aber das werdet ihr eh morgen sehen ob es hingehauen hat oder nicht oder ob ich irgendwelche Probleme hatte das werdet ihr sehen ich freue mich wie ein Schnitzelchen oh komm schon Hammer wunderbar dann haben wir das Feld auch wieder abgeerntet jetzt gibt es erstmal wieder frisch angepflanzten Weizen dass ich einfach hier ein bisschen Nahrung zusammenkriege in der Gegend so wunderbar zack 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 immer schön hinterher so so Feld ist schon schnell gepflanzt ist echt kein Act aber es funktioniert so weg damit wir haben das ganze Feld wieder angepflanzt es kümmert sich ja keiner von den Dorfbewohnern drum also muss ich es machen muss ich in den sauren Apfel beißen und hier die Arschbacken zusammenkneifen und hier für die Nahrung sorgen. Weil es will ja sonst keiner. Ist halt mein Job, dass ich mich um alles und jeden kümmern muss. Aber ich bin zufrieden mit diesem Job. Einen Pilz habe ich auch noch. Einen Pilz hätte ich eigentlich auch da reinpacken können. Weizen ist auch gut gefüllt. Brote kann ich auch bald mal wieder schmieren. Hier habe ich wieder diverse Feuersteine. Die können weg. Ja, da habe ich hier auch schon wieder. Aber ich werde die Erde auch so schnell nicht los. Holzdruckplatte, schon wieder eine. Wo ist denn die jetzt hergekommen? Ich weiß es nicht. Deswegen ist sie einfach mal da. Weil sie da ist. Und wenn sie da ist, muss man das einfach mal berücksichtigen. So, wie geht es eigentlich in meinem Leben? Ist der schon vielleicht fertig geputzelt oder war ich zu weit weg? Ich war zu weit weg. Definitiv. Schade. Hätte ich gerne jetzt rausgenommen und hier geguckt. So, Haupttaste Tukara. Ihr könnt euch immer noch in den Kommentaren anmelden. Hey, ich will ein Tukara sein. Dann kommt ihr auch auf die Welt. Heute ist ja Lucius dazugekommen. ähm, ja, der einfach mal auch ein Tukara sein wollte. Und ja, wie gesagt, Tukara ist ein Völkchen für Abstimmungen und alles muss ich mir dann noch demnächst so ein paar Abstimmungen überlegen. ähm, und dann können wir da, könnt ihr da abstimmen, was ich machen soll. Und ja, ist halt uns, es ist unser Volk, nicht mein Volk, das ist unser Volk und natürlich ist es unsere Stadt. Und da will ich 100% Mitbestimmung von euch. Ich finde es halt cool, wie ihr wirklich momentan in den Kommentaren schreibt, ah, baut es dann, baut es dann und baut es dann. Also momentan echt viel Bauprojekte, weil Rohstofftechnisch haben wir einiges. Ähm, auch Sachen, wo ich sage, ja, äh, wie Eisen. Eisen haben wir jetzt zum, zum, äh, äh, Schweinefüttern viel. Zum Saufüttern fei. Ähm, damit man sagt, bayerisch einmalig song. Und, ja. Es ist halt schön, dass ihr viel, äh, gebaut haben, äh, oder gebaut, sehen habt, ähm, damit ihr, nee, es ist schön zu sehen, dass ihr viel zum Bauen haben wollt. Also, hm, mehr Produktivität als Abbautechnisch. Das finde ich schön. So, dass das irgendwie mal geklärt ist. Es ist ziemlich früh, ich bin ein bisschen müde und ein bisschen Durmwind. So, egal. Dann habe ich das auch nochmal angesprochen heute. Und, ja, ich bin dann weg und sage, tschau, bis morgen zur 1500. Ich freue mich drauf. getung. Und dann geht's auf.